Ah, was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Frau krank, Kind krank, ich vielleicht bald auch krank. Noch geht's. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Wir sind heute da auf YouTube mit dem Courtside Report für Season 2. Und ich bin sehr gespannt, denn Season 1 war durchwachsen, wenn wir ehrlich sind. Season 1 war durchwachsen. Ich gucke mal, ob ich noch ein Video zu Season 1 als Zusammenfassung rausbringe. Es war jetzt die ganzen Tage echt stressig, deswegen kam nichts. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf das, was es jetzt in Season 2 gibt. Wir sehen schon, Jamal Murray, das wird auch für die MyTeam-Leute die Level 1 Belohnung sein. Evo, von was auf was, das weiß ich noch nicht, das werden wir gleich erfahren. Wir haben hier noch MyCareerStuff. MyCareer für diejenigen, die das interessiert. Ich habe jetzt auch eine Karriere gestartet mit einem MyPlayer, PointGuard, JaumeRance-Type-Player. Wird geil, glaube ich. Ich bin gespannt, ob ich da dranbleiben kann. Die Zeit wird es zeigen. Aber wenn euch das interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall auch mal das Video an. Ich bin mit einem 60er-Overall in den Park reingegangen. Diejenigen von euch, die wissen, wie das läuft, seid gespannt. Schaut mal rein, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Wir haben hier jetzt auch bei MyTeam für Level 40 direkt eine 96er-Karte. Es gab einen Tracy McGrady in Season 1. Tracy McGrady, einer der gehyptesten Spieler überhaupt. Und jetzt für Season 2 bekommen wir Tyrese Halliburton, der letztes Jahr wirklich nicht gut war. Release, ganz komisch. Hakelig, niedriger Release Point, leicht zu blocken. Kleiner Spieler, nicht der allerbeste Verteidiger. Es wird sich zeigen, was diese Karte wirklich wert ist. Die Frage ist, wie viel besser wird die Karte sein, die man jetzt für den Hall of Fame Pass bekommt oder für den Pro Pass bekommt. Weil da gibt es immer Unterschiede. Dadurch, dass 2KDB noch nicht online ist, sehen wir es nicht in den Animationen oder in den Badge-Spots. Bisher haben alle Spieler alle Badges bekommen können. Deswegen denke ich, würde es in den Animationen liegen. Ich hole mir sowieso den Hall of Fame Pass. Danke daraus an meine Community, an die Supporter. Ihr habt über Instant Gaming schon wieder so brutal rasiert. Ich kriege den Hall of Fame Pass. Dank euch für Umme. Ich hoffe, ich kann euch das mit den Videos und Streams nur halbwegs zurückzahlen. Das, was ihr da beisteuert. Und da ist der Jamal Murray Level 1. Saphir zu Ruby. Das ist okay. Für Salary Cap wird das bestimmt cool sein. Und dann haben wir noch weitere Belohnungen. Und zwar von Spielerseite her auf Level 20 einen Amethyst Obi Toppin, der ganz gut in die Meta reinpasst mit dem Dunking. Viele Leute haben jetzt über die Zeit lang gelernt zu werfen. Zum Werfen werde ich auch nochmal ein Video rausbringen, weil das habe ich mir schon seit Wochen vorgenommen. Aber habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Da gab es jetzt auch nochmal Änderungen durch den Patch, der jetzt für Season 2 kommen sollte, aber auch schon aktiv ist. Dann haben wir für Level 35 James Worthy Diamant. James Worthy, erfahrungsgemäß immer eine geile Karte in my team. 6-9, kann werfen, kann danken, kann verteidigen. Diamantkarten sind teuer, wenn sie gut sind. Und hier haben wir einfach eine Diamantkarte auf Level 35 James Worthy, der auf jeden Fall bei jedem zumindest mal auf der Bank sitzt. Das ist sehr, sehr cool. Da kann man auch wieder Spieler verkaufen oder Spieler austauschen. Kann sein Team upgraden. Das ist sehr, sehr gut. Außerdem haben wir für Level 34 noch Deluxe Pack Wheelspin. Level 37 noch Hall of Fame Badge. Und ihr könnt, wenn ihr mindestens den Pro Pass bekommt, für jedes Level noch eine zusätzliche Belohnung bekommen. Für MyPlayer, für MyTeam. Das wechselt sich da ab. Und vom Wert her holt man mindestens, also wenn du 10 Euro bezahlst, ist der Season Pass auf jeden Fall. Der lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du 20 Euro bezahlst, dann holt er seinen Wert auch wieder raus. Aber ich finde, dass dieses Season, der Season Pass, selbst für 20 Euro sich auf jeden Fall lohnt. Warum, werde ich euch gleich noch sagen. Hier haben wir die Pro Pass Season 2 Belohnung. Und da gehe ich noch ein bisschen größer, wenn es geht. Weil das ist auch ein Grund, warum sich dieses Season der Pass auf jeden Fall lohnt. Für MyCareer gehe ich gar nicht so sehr darauf ein. Wir haben noch ein Hall of Fame Option Pack. Wir haben ein 90er Plus Overall Premium Pack. Das heißt, da sind auch Spieler drin, die in einer Promo drin vorkommen. Wird wahrscheinlich ein 90er sein. Da gab es noch nicht so viele. Aber es gibt immer eine Chance. Und es ist ein Option Pack. Das heißt, du kannst hier den Spieler aussuchen. Das ist sehr, sehr cool. MyCareer, wie gesagt, interessiert mich gar nicht so sehr. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich sage, der Pass lohnt sich für MyTeamplayer auf jeden Fall. Diese 10 Euro sind richtig gut investiert. Du bekommst einen Karl-Anthony Towns Diamond dazu. Direkt, sobald du den Pass gekauft hast, für 10 Euro. Sogar ein bisschen weniger, wenn du bei Instant Gaming dein Guthaben kaufst. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Power Forward Center. 6'11. Letztes Jahr war der 6'7. Also 2,13 Meter. Eine Karte, die werfen kann. Und jetzt muss ich wirklich so ein Idiot sein und einfach mal ins Game reingehen. Dann gucken uns mal von den Timberwolves, Karl-Anthony Towns an. Der Typ hat auf seiner Saphir-Karte 84er Wertung. Schon 84 Offense. 78 Defense. Ist hier ein 7-Footer. Also vielleicht ist die Diamond-Karte auch ein 7-Footer. Wir haben hier schon alleine bei dieser Karte ein 79er Dreier. Ballhandling 60. Haben ein 69er Tempo. Diese Diamant-Karte wird brutal sein. Wenn 2K nicht komplett scammt, wenn 2K nicht komplett verkackt, dann wird die Diamant-Karte von Karl-Anthony Towns brutal sein. Ich freue mich riesig darauf. Ich werde mir den Pro-Pass auf jeden Fall holen. Ich hole mir den Hall of Fame-Pass auch, damit ich schneller zu Level 40 komme und mir die ganzen anderen Belohnungen sneaken kann. So wie der aller echte ApoRed sagen würde. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sehr, sehr vorausschaue für Season 2, für den Start von Season 2. Gravity Ball ist eine Änderung, wo ich eigentlich schon wieder kritisch werden könnte. Ihr wisst ja, NBA 2K ist ein Basketball-Spiel. Sie haben jetzt ein DLC rausgebracht. Ich glaube 8 oder 9 Euro kannst du bezahlen. 7,99 Dollar, okay. Einfach ein Spiel im Spiel. Wir haben ja schon das Race, also das Rennen in der City, wo du eine Million VC verdienen kannst. Aber das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht was es ist. Ich habe mir den Trailer nicht mal angeguckt. Es ist irgendwas wie Völkerball oder irgendwie sowas, so Dodgeball-mäßig. Irgendwas mit Abwerfen, irgendwas mit Treffen. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ich werde das nicht bezahlen. Aber ich würde mich mal freuen, wenn 2K sich mehr darauf konzentrieren würde, das Basketball-Spiel, was da ist, zu verbessern. Weil der Patch, der jetzt rauskam, der hatte, erstens hatte der 16 Seiten und zweitens hat es 40 Tage gedauert, bis überhaupt der Patch rauskam jetzt für Season 2. Das ist ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich. Und dann noch sowas rauszubringen, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Firma und für das, was sie da gemacht haben. Es gab auch viele Kritik in der Community. Wie gesagt, der Karl-Anthony Towns ist für mich, meiner Meinung nach, alleine schon ein Grund, diesen ProPass zu kaufen. Alles andere, was da noch mit dazu kommt, ist das, was deinen Wert quasi wieder zurückholt. Selbst wenn es keinen Karl-Anthony Towns geben würde. Von daher ganz, ganz klare Kaufempfehlung von meiner Seite. Wenn ihr jetzt Leute seid, die sagen, okay, ich gebe auch gerne mal Geld für ein Spiel aus, ansonsten kann man sich darüber echt nicht beschweren. Halle Burton wird sehr, sehr spannend. Ich glaube nicht, dass Halle Burton bei vielen Leuten spielen wird, die wirklich competitive unterwegs sind. Aber wir werden sehen. Ich will nicht zu früh urteilen, wir werden uns die Karte am Freitag angucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder. Wir sehen uns. Bye, bye.